Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Leasing 2.0 – das neue Konzept zur Lang- und Kurzzeitmiete von Luxusautos in über 500 PS starken Supersportwagen. Darauf hat sich EasyCar spezialisiert. In dem Vorzeigeunternehmen mit Sitz in Hall in Tirol hat man sich mit Leib und Seele der Kundenzufriedenheit verschrieben. Getreu dem Motto «Luxus leistbar» bieten die EasyJungs mit Chef Manuel Schnaller an der Spitze mobilen Luxus zu Toppreisen. Ziel dabei ist es, dem Kunden zu ermöglichen, einfach in sein neues Auto einsteigen zu können, während sich EasyCar um die nervigen Kleinigkeiten wie Vignette und Reifen kümmert. Neuestes Angebot ist die Vermittlung von Fahrzeugen. Wenn ein Kunde sein Fahrzeug verkaufen will, inseriert das Team dieses mit professionellen Fotos und nimmt dem Kunden alle Arbeit ab. Auch Suchanfragen können über das Unternehmen erfolgreich abgewickelt werden. EasyCar – the easy way to drive.